Musik Mein Name ist Musik 45 Spielkind 45 Musik Und du bist Hier auf meinem Kanal Und ich würde mich total freuen, wenn du irgendwie Ich meine, ich würde mich freuen, wenn du Also ich glaube, ich bin sowas wie ein Let's Player Und ich würde mich total freuen, wenn du bei mir mal ein bisschen reinschauen würdest Ein bisschen schnüffeln Ein Sniffelstück sitzen und so Und ja Ein Abo wäre eine coole Nummer Und ja, ansonsten Daumen nach oben Bis die Daumenschraube glüht Ich weiß es nicht, macht was ihr wollt, liebe Leute Spaß beiseite, liebe Leute Hier gibt es knallharte Let's Play Action Und ja, mit einer wachsenden Fangemeinde und ich würde sagen Nicht lange zögern, ran an die Abos und klickt hier in den entsprechenden Klick Und dann werden wir uns hier auf jeden Fall regelmäßig wiedersehen Denn bei meinen Let's Plays ist das irgendwie immer alles ein bisschen anders Aber vielleicht ist es gerade das, was es ausmacht, liebe Leute In diesem Sinne, ab in die Renne, so sage ich immer bei meinen Let's Plays Und ja, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und dann auch vielleicht mal bleibt Macht es gut, liebe Leute Euer Spielkind45 oder wie es bei Call of Und das heißt Spielkind45 Es ist das Kind Ciao, ciao Euer Spielkind45 Und ihr liebe Freizeit Cowboys In der letzten Folge waren wir hier verstorben Zum Ende hin Und das ist in diesem Spiel, ehrlich gesagt, noch nicht oft passiert Da bin ich irgendwie sehr stolz auf mich Aber ich muss natürlich dazu sagen Ich spiele leicht und oft leicht Aber ich spiele dafür auch mit Gamepad Und jetzt gibt es hier diverse Da rennt der Typ, glaube ich, der Flüchtling, den wir irgendwie verfolgen müssen Ich weiß da jetzt bis jetzt immer noch nicht, warum wir den verfolgen sollen Aber jetzt gibt es hier erstmal ein paar Hinterhalts Und da kommen jetzt ganz viele Leute Und die haben uns hier jetzt auch abgeballert Und wie viel QR, okay, cool Geht's nach Genug So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, dass wir hier das Schöne Leichen, die hier noch auszublündern So, hier Geld und Munition und überhaupt nicht sowieso So, wo ist eigentlich der Stern? Ein Hinterhalt! Ein Hinterhalt, okay, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? So Okay, den hab ich erwischt Erwischt? Das ist hier ein Bulle-Tongle Noch einer Okay, was ist noch mehr? So Wo ist der? Wo ist der? Eh, ich muss nur ganz kurz hier ran Alter, rennen, 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 rennen Wo sind die denn jetzt alle? Boah, da kommt ein Dynamit-Stäbchen geführt, aber ich denke mal, das wird ein Wirt-Stäbchen So Dung 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 Was ist die Pfeil-Tongle 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 Was explodiert denn da alles für'n Scheiß hier? Pfeil-Tongle Äh Wo sind sie jetzt? Wo ist der gute Thomas? Wo ist der? Nachladen kann tödlich sein, mein Freund Pfeil-Tongle Pfeil-Tongle Pfeil-Tongle